Trotzdem, herzlichen Applaus für Felix Stratte. Felix, sprich doch mal einmal ganz kurz über deine Verletzung. Man hat es gelesen, Einblutung im Knie, leider nicht zu fertig geworden, leider nicht so weit, dass du euch spielen willst. Ja, für mich natürlich sehr schade, gerade weil ich mir das Spiel sehr gewünscht habe, weil es für mich auch ein besonderes Highlight ist. Aber, ja, leider habe ich die Verletzung ein bisschen rausgeworfen, aber es ist zum Glück nicht für dich und ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder das Spiel kriege. Sprechen wir über dein persönliches Highlight, auch du hast eine Darmstetter-Vergangenheit, ein paar Jahre und auch eine Menge Jahre an dieser Stelle. Also, da ist ja heute für dich auch so ein bisschen ein Zweiherz im Spiel, wie deiner Brust. Ja, das auf jeden Fall, aber klar, hätte ich zu meiner Mannschaft in Hofer der See an dich gewinnen. Schauen wir mal ein bisschen auf den SV Darmstadt 98, wie hast du jetzt die Saison verfolgt mit den Darmstadtern, wie siehst du die Darmstadt in der heutigen Zeit, in der heutigen Saison? Ja, ich glaube schon, dass Darmstadt zu den schlechsten Mannschaften in der zweiten Wege gehört und auch zu den konstantesten. Ich glaube, das hat man auch gerade letzte Saison gesehen und da klüpfelte diese Saison auch wieder an und deswegen wird es auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Hartes Stück Arbeit für uns, aber wir sind ja auch einen Top gestartet, führt mal so ein kleiner Hänger, da ging nix, aber das passiert auch mal. Ja, das denke, das ist normal im Fußball und vielleicht war es ja gar nicht mal so schlecht, dass wir heute umso heißer auf die Partie sind und das Spiel geht. Schauen wir doch mal ein bisschen, das heißt, beim nächsten Spiel können wir wieder auf dich hoffen, auf dich zählen oder was sagen wir jetzt? Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, es gibt Gas und ich gehe dem und hoffe, dass ich die nächsten Spielzeit dabei bin. Felix, jetzt kommt das Schwierigste für dich am heutigen Tag, der Tipp für den heutigen Tag, den muss ich jetzt abgeben. Ja, dann sage ich eins zu tun. Alles klar, herzlichen Dank, Felix Mathe, danke, dass du hier bist und alles Gute und dass du wieder schnell finden wirst und das ist ein Einladenlauf. Danke Felix. Dankeschön.